Garten-Tipp Januar 2021 Ich stehe hier unter einer Erle unten und ich möchte euch nur zeigen, was passiert, wenn die Früchte noch dran sind von der Erle und das Gäli da im Schnee und das Schnee liegt drauf und er spült den ganzen Saft aus diesen Früchten und das gibt... Zuerst habe ich gedacht, da hat ein Tier runter gemacht, aber in Tat und Wahrheit kommt es von diesen Früchten oben. Ja, ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit in eurem Garten, euer Gallusottiger.